Kannst du wirklich für nur 300 Euro einen 4K-Fernseher besitzen, welcher 43 Zoll groß ist? Oder soll es doch lieber ein Super-Fernseher sein für 700 Euro, welcher Super-HDR unterstützt? In diesem Video schauen wir uns verschiedene Modelle an, also bleibe gespannt. Los geht es mit dem Samsung 43 QLED 4K Q60T. Ein interessanter Name, aber ein cooler Fernseher. Für 43 Zoll und für 500 Euro. Das heißt, er ist im mittleren Preisbereich, normalerweise kosten sie zwischen 300 oder 700 Euro. Aber er befindet sich in 500 und bietet dir dabei QLED-Technologie an. Heißt, du kriegst gute Farbwiedergabe und besserer Kontrast als normale LED-Bildschirme. Allerdings ist es nicht ganz so gut wie ein OLED-Bildschirm. Also ein guter Kompromiss zwischen LCD und OLED. Deswegen QLED. Aber er hat noch mehr zu bieten. Und zwar, natürlich ist er 4K. Und er hat eine gute Farbwiedergabe. 100% Farbvolumen mit dir gesprochen. Die Lautsprecher sind auch in Ordnung. Der Bass fehlt etwas, weshalb sie ein bisschen hohl anhören. Aber sonst ist es ein gutes Gesamtbild. Des Weiteren, du kannst ein cooles Gadget, was ich selber sehr cool finde, du kannst als Hintergrund deine Wand nehmen und den Fernseher auch zu diesem Hintergrund machen, was dann einen cooler Effekt bildet, wenn einer zu dir nach Hause kommt. Macht einfach ein bisschen ein cooler Partygag sozusagen. Auf jeden Fall schön. Die SmartTube Run Remote ist cool, außer sie haben drei Button, Netflix, Prime Video und man würde jetzt denken YouTube. Aber nein, sie haben Rakuten TV, wo natürlich jeder anschaut. Also schade, dass kein YouTube hier da ist. Sonst, die Tastatur ist gut und der Fernseher läuft generell sehr flüssig. Das letzte, was du noch hörst, du hast auch einen Sprachassistent, mit dem kannst du ihn ganz leicht steuern. Und somit kriegst du hier ein gutes Gesamtpaket, welches 4K ist, gute Farbwiedergabe hat, nicht so gute Lautsprecher, die kannst du auch mit der Soundbar super erweitern und einfach ein gutes Gesamtpaket mit 43 Zoll. Der Preis stimmt hier auch, weshalb ich sagen will, für viele Leute eine gute Option. Weiter geht es mit einem Fernseher für unter 300 Euro oder eher zwischen 250 und 350 Euro, je nachdem wie gerade die Preisschwankungen sind. Trotz all dem, sehr billig, 43 Zoll und vor allem 4K. 4K ist eigentlich der einzigste Fernseher, der 4K besitzt für diesen Preis und auch ein sehr neues Modell ist, was es alles in allem zu einer super Fernsehalternative macht. Und es hat noch ein paar kleine Zusätze, die es verschönern. Als erstes, das HDR, wo du herkriegst, ist nicht gut. HDR kannst du nicht richtig nutzen. Das kann man auch nicht bei so einem erwarten. Das heißt, nimm das eher als ein kleines Feature. Minimal wird es dadurch schöner. Allerdings nichts, worauf sich verlassen soll es. Die Alexa Sprachsteuerung wiederum ist cool. Kannst du leicht verwenden. Und natürlich, da sind Smart TVs, hat es all die wichtigen Apps, die du brauchst, wie zum Beispiel Amazon Prime, YouTube, Netflix. Und das Audio ist auch ganz okay. Ich würde nicht von einem immersiven, mehrdimensionalen Audio reden. Aber es ist in Ordnung. Und du brauchst nicht unbedingt sofort eine Soundbar. Allerdings, auf lange Sicht gesehen, wenn du viel schaust, ist eine Soundbar vielleicht doch ganz sinnvoll. Als Betriebssystem hier kann man sehen, die Apps, die du brauchst, gibt es alle zum Holen. Und es hat noch einen coolen One-Touch-Access, mit der du auf der Fernbedienung einfach das Programm auswählen kannst, wo du willst. Wie es beim Samsung auch gibt. Somit ein gutes Gesamtpaket mit noch ein paar technischen Daten, die wir uns jetzt anschauen. Als erstes, wie schon gesagt, 43 Zoll und eine 60-Hertz-Wiederholung, Bildwiederholfrequenz. Was okay ist, nicht wirklich für Gaming geeignet, falls du schnelle Shooter spielen willst. Aber für Minecraft und so kannst du es benutzen. Des Weiteren hat es einen Spiele-Modus. Heißt, die Latenzzeit ist geringer als 20 Millisekunden. Was ganz praktisch ist, da es dann deine Tasche Touren so schneller Reaktionszeit gibt. Und die Sound, wie man sieht, 2x7 Watt, ist nicht wirklich das Beste. Vor allem nicht diese immersive Sound-Experience. Aber sie sind trotzdem ganz in Ordnung. Vor allem die hohen Töne werden gut dargestellt. Von dem her kann man sich nicht beklagen. Die Direktwahl-Taste kriegst du Netflix, YouTube Prime Video. Und wieder Rakuten, anscheinend doch sehr beliebt. Natürlich kriegt es auch noch HDMI-Anschlüsse, davon gleich drei Stück. Dann gibt es auch noch USB 2.0. Da kannst du ein USB dran schließen. USB 3.0 wäre besser. Aber man nimmt, was man kriegt. Ein Lade-Anschluss hat es natürlich auch. Und WLAN ist auch mit dabei. Durch den Bluetooth kannst du sogar Bluetooth-Kopfhörer oder eine Tastatur verbinden. Und hast somit eigentlich alles, was du brauchst, in diesem Laptop enthalten. Der Energieverbrauch pro Jahr ist im normalen Bereich. Manche Fernseher brauchen weniger, andere brauchen mehr. Hier verbrauchst du um die 30 Euro im Jahr. ist nicht so viel Geld, weswegen ich sagen würde, ist okay. Von dem her, wenn du aufs Budget gehen willst, dann hol dir diesen Fernseher. Denn hier kriegst du für wenig Geld viel Inhalt. Jetzt kommen wir dann auch schon zu einem Fernseher, welches in sich hat. Vor allem auch mit dem Preis. Denn er kostet ganze 800 Euro. Ist natürlich ein stolzer Preis. Allerdings, er hat auch ein paar Vorteile, welche ihn überlegen machen zu den Samsung und auch zu dem billigaren Fernseher davor, auf die wir jetzt natürlich eingehen. Vor allem das Wichtigste ist seine Bildqualität. Die Fernseher werden so abgestimmt, dass sie die Videos auch wirklich so abgeben, wie sie aussehen sollen. Das heißt, Filme sehen schön aus. Die Farben sind naturgetreu und einfach passend. Aber es hat noch ein bisschen mehr. Und zwar der Prozessor ist gut genug, dass alles flüssig läuft. Und das ist das Wichtigste. Er kann sogar Videos von Full HD auf 4K hochscalen. Heißt, dass sie dann besser auf dem Bildschirm aussehen. Und ich würde sagen, er macht seinen Job sehr gut, dass die Fernseher auch flüssig läuft und die Programme schnell unterwegs sind. Dann hier, diesmal gibt es richtiges HDR10. Denn die machen das mit verschiedenen Technologien, wo gleich noch weiter unten was kommt. Und davor allerdings erst sagen Dolby Atmos neue Klangdimensionen. Gebe ich wieder nicht recht. Der Sound ist nicht so super. Er ist auf jeden Fall besser als die anderen zwei. Man merkt, hier wurde schon nachgeholfen und ein bisschen mehr Bass ist dabei. Trotz all dem, wenn du eine richtige Szene hast mit viel Action, dann kriegst du nicht dieses immersive Gefühl, dass du mittendrin bist, sondern es kann ein bisschen hohl klingen. Sonst sind sie eigentlich recht gute Speaker. Und jetzt hier haben wir das Local Dimming. Das heißt, dein Fernseher wird in mehrere Felder aufgeteilt, die alle ihren eigenen Schwarzwert haben, wodurch du viel besser schwarze Bilder darstellen kannst. Es ist nicht vergleichbar mit OLED-Technologie. Trotz all dem, es ist recht gut. Und es ist gut gelungen. Also man kann es als guten Ersatz nehmen. Und da es im 43-Zoll-Bereich nicht so richtig OLED-Fernseher gibt, würde ich sagen, es ist die beste Alternative, wenn du bereit bist, das Geld auszugeben dafür. Sonst, die Apps kannst du natürlich wieder benutzen. Es hat alle Apps, die du brauchst. Es hat HDR. Es ist einfach ein gutes Gesamtpaket, das man sich aber auch kosten lässt. Heißt, hast du das Geld, würde ich dir diesen empfehlen. Wenn du eher ein bisschen weniger ausgeben willst, dann hol dir doch den Samsung. Und wenn du wirklich am Budget sparen willst und nicht so viel Geld hast, dann hol dir doch den zweiten, denn der ist schön billig. In diesem Sinne, sollte dir das Video gefallen haben, ich habe die ganzen Produkte unten verlinkt. Du würdest mich riesig über einen Like freuen oder wenn du einen Kommentar schreibst, was dir gut gefallen hat oder natürlich auch den Kanal abonnierst. In diesem Sinne, bye.